Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und in mir sitzt es wieder so, es ist wieder zu weit, es ist Pflanzen gegen Zombies Zeit und wir spielen ein Event, das heißt die Zwergenbrüder und findet hier im Zeitreisen Freizeitpark statt und wir sollen die Zwergenbrüder ins Zwergeversum zurückschicken. Köderfalle platziert. So und wir sind gespannt, der Niklas spielt den Wicht. Wir haben da einen Superbrain, ich habe meinen Football-Zombie, aber wir haben... Oh, Zwergenapparat, was ist mit dem Zwergenapparat? Die Zwergennamen... Oh, da kommen sie, oder? Ja, ich überwache hier. Die ersten wurden gesichtet. Oh, hier sind sie. Zwergische Größe. Autsch, wer hat mich abgeschossen mit einer Bombe? Irgendwas. Oh, er hat sich hinter mir angeschlichen. Habe ihn. Dabei sind die nicht so klein, dass sie sich anschleichen könnten. Achtung! Ja, ich seh sie. Da kommen sie. Komm, zeich mich! Oh, oh! Ich häng fest! Ich belebe ich hier wieder. Was? Ich belebe. Ich belebe. wiederbeleben. Da kommen sie durch die Tür. Oh, Bombe, Bombe. Ich mache hier das Zwergenbegrüßungs- Oh, da treibt mich wer an. Der Zwergenapparat ist gleich kaputt. Der hat nun ein bisschen viel Schaden. Nein, mein Shrimp ist kaputt. Oh, da kommt das nächste Zwergenkomitee. Achtung, Achtung. Ja, ich sehe ihn. Oh, der Apparat klingelt. Was hat das zu bedeuten? Wenn er ein zweites Mal klingelt, kommt der Boss. Ja, Heilung. Oh, Achtung, Champion. Da sind sie. Achtung, Franz, das hat doch mal. Achtung, Franz, das hat doch mal kurz. Tante Heilung. Tante Heilung. Wir haben da nichts Heiltechnisches. Doch. Tante Heilung. Nein, ich sehe hier rein. Oh. Ich schütze einfach den Zwergenapparat. Ich spanne eh dann. Wenn ich mich nicht bewege, ich stecke fest. Ui. Zwergenapparat kaputt. Und besser das Team. Ei, ei, ei. Der Köder wurde zerstört. Machen wir noch eine Runde, oder? Eine probieren wir noch. Und dann spielen wir mit dem anderen. Na, ich fand den Football-Zombie super. Na, ich. Also der macht viel Schaden. Wen spiele ich denn? Ich spiele auch mit dem Football-Zombie. Vorwärts da. So, wir sind zu dritt. Jetzt warten wir nur mehr auf den vierten. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, da ist er schon. Vierter wartet im Luftschiff. Und es wird... Wir dürfen gespannt sein, was er spielt. In Frost. Ah, ein Superbrain. Und wir haben wieder keinen, der hellen kann. So, es geht los in... Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Aber wir haben gar keine Regenbogensteine bekommen. Schaut aus, als wäre das ein Event ohne. Nö, du musst auch... Der muss so klar... Der Mulder... Die Zwergenbrüder müssen so klar rauskommen. Dann bekommst du erst. Oh. Bleibt sie hier. Die Zwergen an. Das ist hier so eine blöde Stelle. Ja, hier habt ihr die Stelle ausgesucht. Es gibt sie auch nur diese Stelle. Naja. Das ist so blöd. Da sind sie. Oh, ich glaube, ich habe hinter mir... Oh, da sehe ich schon wen. Oh. Eingefroren. Oh, da ist wer. Ja, ich mache hier auch auf. Oh, Achtung, Bomben, voll. Oh. Da hat sich gerade bei mir einer... Bombe, Achtung. Oh. Ich habe ihn für dich. Schön. Da. Das ist der Zwerg. So, immer die Augen offen halten. Wo kommen die Zwerge? Von da, da drüben. Und... San, San. Ja, genau. Gleich auf mich schießen. Was ist das? Sie schießen alle nur auf mich. Ja, wer schießt mich die ganze Zeit ab? Da. Da ist er. Ja. 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 Ich lebe den wieder, Markus. Ich beschütze dich von oben. Oh, da. Da kommt einer mit auf Bombe. Oh, da ist noch wer. Oh, da ist noch wer. Oh, ich sehe nicht. Oh, da. Oh, da. Weil sind wir noch besser. So. Der Apparat klingelt wieder. Du hast die meisten abgeschützt von uns. Oh, Achtung. Champion. Champion. Hier. Wer beschützt bitte auf der Seite. Wer? Offensichtlich. Nein. Heilung, Heilung. Parakel Superträfter. Ja. Ja, eigentlich. Heilung. Achtung, von der Seite, von der Seite. Markus, hinter dir. Hinter uns. Auch noch! Autsch! K.O. Versuch zu überleben, Markus! Versuch's! Ah! K.O. 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 Das wäre ein Apparat! K.O. K.O. Nein! Gerade wo ich die weg gespringed habe! K.O. K.O. Das ist immer so eine kurze Runde! Der Köder wurde zerstört! Noch eine! Eine allerletzte! Eine aller 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 allerletzte! Diesmal? Die bösen bösen Zwergenbrüder! Mal haben wir einen Heiler! Nein, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so den großen Unterschied machen wird! Ein Stand, wo sich mehrere auf einmal... K.O. Ja, das ist cool! Jetzt brauchen wir nur mehr zwei Mitspieler, die mit uns versuchen, die Zwergenbrüder zu verkloppen! Einer kommt ja schon! K.O. Aber wir brauchen noch einen vierten! K.O. Für diese letzte Runde! Ich bin Elektro! K.O. K.O. Du solltest irgendwie mit so... Dann bin ich noch gefährlicher, oder was? Ja! EIS kannst du dir einfrieren, dann machen die gar nichts mehr! K.O. Carter? euer? Also wenn du feuer hitst, und den t staying brav, dann kann der trotzdem noch schauen, weil er ja brenntw. K.O. GIFT ist wie das gleiche. Aber ich hab keinen Feuer Football Zombie. EAS! K.O. So, einen Wicht haben wir dazubekommen, na komm, vierter Spieler, wir wollen Zwerge verkloppen. Oh, Strauss, 8888, die ist beigetreten. Oh, zwei Wichter. Noch ein Wichter. Ja, dann lassen wir uns... Ja, ich bin ja der Einzelne Heiler. Ja, sag ich ja, spielt keiner Heiler. So, dann lassen wir uns überraschen. Die Runde beginnt in vier, drei, zwei, eins. Gibt's nur eine Pelopo? Ja, stell nur auf. Hier Matto, schau mal zu mir. Hm. Oh, sehr cool. Der ist Nahkämpfer und Fernkämpfer. Ja, dann sind wir gespannt. So, die Zwerge nahmen. Ah, da kommen sie schon. Und mit der Lizitret kannst du noch mehr auf einmal treffen. Also wenn du einen triffst... Du stehst den Weg. Oh! 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 Heilund, mach los! Hier ist Heilund. Hier. Au! Sehr viele Zwerge durchs Portal. Da muss wohl ein Nest sein. Autsch. Brauche ich auch nur mal Heilung. Da kommen die Windmühlenzwerge. Nein, ich hasse dir. Da kommen wir. Heilung nagt gleich, Markus. Durch diese hohe Gasse werden sie kommen. Markus, Heilung, hinter dir. Okay, super. Wow, unser Gnom hat überhaupt noch keinen Abschluss gemacht. Das ist unser Wicht. Ich kann doch mal ein Hilfmittel brauchen. Ich war ja abgeschossen. Wo bist du? Bin schon da. Ja, danke. Heilung ist hier. Oh no, von der Seite auch noch. Hinter dir! Ja, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Irgendwer sollte mal auf eine Seite aufpassen. Und auch wer? Dass uns die Zwerge nicht ständig in den Rücken fallen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wie kann das sein, dass die Bomben ständig bis zum Artefakt durchkommen? Dann händle ich halt Bomben dran. Apparat klingelt. Heilung. Sehr schön. Bomben sind dran. So, sie werden von hinten kommen. Da kommen sie! Auf den Chef! Auf den Goldnern. Sonst haben wir... Ah, schau! Jetzt ist schon wieder einer mit einer Bombe bei mir. Das gibt's ja gar nicht. Und der kommt von hinten. Macht hinter mir keiner was. Oh no, das ist schon wieder einer mit einer Bombe bei mir. Das ist schon wieder einer mit einer Bombe bei mir. Oh no, das ist jetzt! Das Artefakt ist wahrscheinlich schon wieder kaputt. Und füllgeschlagen. Ah, der Köder wurde zerstört. So, dann lassen wir es gut sein für heute. Wir haben es dreimal probiert, dreimal nicht geschafft. Vielleicht haben wir ja noch einmal die Zeit, dass wir es in den nächsten Tagen noch einmal spielen. Oder am nächsten Tag. Ne, 20 Stunden dauert es noch. Das könnte sich ausgehen, dass wir das morgen noch einmal spielen. Aber für heute lassen wir es gut sein. Wir bedanken uns bei allen Abonnenten. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei allen Zusehern. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Däumchen oder ein Abo freuen. Ja, und wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen, wenn es wieder einmal heißt Pflanzen gegen Zombies. So, und bis dahin wünschen wir euch noch eine coole Zeit. Und Tschüss! Tschüss!